Wenn es kein Dorsch ist, brauchen wir das Gas auch. Ich nehme schon auf. Wenn es ein Dorsch ist, gehst du gleich einfach ein bisschen zurück. Ooooooh. Dorsch. Oh, was für einer? Schön. Oh, ein Schie. Sehr schön. Nicht mit die Grette an, oder? Guck mal her, Babs. Schön hier. Ein weiterer Bicke.